SharePoint bietet Ihnen neue Wege mit Kollegen oder externen Partnern effektiv zusammenzuarbeiten. Die Kommunikation findet dann nicht mittels Push über Mailverteiler statt, sondern die Mitarbeiter stellen sich die Informationen zusammen, die für Sie relevant sind. Als Beispiel können wir uns hier mal ein Forum anschauen. Das heißt, die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Fragen oder Posts in einem Forum bereitzustellen oder auch auf Postbeiträge zu antworten. Da kann man hier dann den Post bereitstellen und alle Mitarbeiter, die diesem Forum folgen bzw. hier schon teilgenommen haben, bekommen diese Antwort natürlich in ihrem Newsfeed bereitgestellt. Schauen wir uns den Newsfeed mal an. Hier laufen alle Informationen, relevante Informationen für mich zusammen. Das bedeutet, ich bekomme natürlich Forumbeiträge, ich bekomme Informationen zur Änderung von Dokumenten, wenn ich diesem Dokument folge. Das Schöne ist, alle Informationen bleiben bestehen und sind immer verfügbar und auch durchsuchbar. Das heißt, es verschwindet nicht in irgendwelchen Mailarchiven, sondern ich kann jederzeit auf die Informationen zurückgreifen. Des Weiteren bietet SharePoint noch die Möglichkeit, das Wissen natürlich beispielsweise in Blogs oder Wikis abzulegen. Hier sieht man jetzt einen Blog. Auch hier ist es so, dass wenn Mitarbeiter diesem Blog folgen, alle Informationen wiederum in dem Newsfeed zusammenlaufen.